Kein Schimmer und ich will es auch nicht herausfinden, wenn du verstehst. Die verschwundenen Wachen waren gewiss keine Deserteure. Das Schlimmste ist, bereits ist, beides Mal, als die Wachen verschwanden, hat die nächste Schicht das Tor unverschlossen vorgefunden. Ich weiß nicht, ob sie hineingegangen sind oder etwas herausgelangt ist, aber wenn es lästeres ist, sind Flüchtlinge die geringste unserer Sorgen. Und da ist noch keiner nachgegangen. Hast du etwas Ungewöhnliches gehört oder gesehen? Ich versuche sie so wenig wie möglich zu sehen und zu hören. Eine der Frauen aus der letzten Schicht hat gesagt, sie hat jemanden aus dem nordöstlichen Teil des Bezirks rufen hören. Es klang wohl wie ein Befehl, aber ich weiß nicht, wie da drinnen jemand überleben sollte. Ein oder zweimal habe ich auf der anderen Seite des Tores eine Bewegung wahrgenommen. Die Wache schaudert. Ich würde es lieber vergessen. Dann lebt wohl. Okay, der Erbhügel. Oh. Oh. Was wollte Adolf gerade sagen? Was auch immer hier geschehen ist, gut, dass wir es verpasst haben. Skelette. Okay, es sind viele Untote hier. Skelett-Kämpfer sogar. Skelett-Waldläufer. Direkt mit dem Skelett-Zauberer. Der stört. Äh. Wo ist Fenris? Ach so, dazwischen. Okay. Die Begrüßung war schon mal nicht schlecht. Wir sollten definitiv vorsichtig vorgehen. Ich hoffe, weil der Erbhügel ist. Na, der scheint auch nicht so groß zu sein, der Erbhügel. Hier würde es Campingbedarf geben. Okay. Und hier gibt es noch verbrannte Damen. Eigentlich sollten wir fast schon vorsichtig durch den Erbhügel durchschleichen. Weil wenn uns ein Gegner enttarnt, wenn uns die Gegner auch so offen sehen, dann... Ah, schon wieder Gräber. Ja. Die Schatzkammer wurde bereits aufgebrochen. Die Schatz... Diese Schatzkammern wurden bereits aufgebrochen. Die jedoch nicht. Ein einfacher Test. Warum sollten wir nicht etwas Wertvolles mitnehmen, wenn wir es finden? Wäre eine Schande, es den Untoten zu überlassen. Die Schatzkammer sind meiner Meinung nach die schlimmsten Untoten. Ein Darkoom? Äh... Versuch mal einen verwundeten Schuss gegen den. Oh, der klappt sogar. Flankiert und humpelt. Noch ein Darkoom. Hm. Noch ein verwundener Schuss. Uff. Okay, äh... Dings, wie heißt es? Ähm... Gefäßfleisch. Zauberverteidigungsbonus. So, das wäre was für Palagina. Wobei, die trägt ja schon ein Abwehr, eine Abwehrrüstung. Das können wir mal weggeben. Was mit dem Ramponierten am Medaillon ist. Alof hat Intellekt Entschlossenheit. Reflexe, Heilungsbonus, Abwehr. Die sind bei dir eh recht hoch, also machst du mal eine Marquieschutzbonus. Ganz gut gebrauchen. Da oben sind noch mehr Darkoids. Let's see what lies this way. Okay, vorsichtig vorgehen. Schraffierte Klauenspuren an der Schatzkammer. Und ja, der Airpügel ist tatsächlich nicht sehr groß. Und die Untoten sind zum Glück auch nicht sehr mächtig. Bis jetzt jedenfalls nicht. Aber ich sollte nicht zu vorsicher sein. Oh, sie ist flankiert. Und ich glaube, vergiftet. Ja, geschwächt. Ich sag mal, kannst du so einen Darkoid auch umschmeißen? Ja, du kannst es wenigstens versuchen. So. Jetzt noch der weg. Und gut. Ist das eine Makran-Statue hier? Hier ist eine verschlossene Krypta. Valtas. Du wenigstens Schlüssel, um sie zu öffnen. Das ist eine kopflose Magra, oder? Auf einer kleinen Pakete unter dem Zirkel steht Freiheit für alles. Atmivheret. Das ist auf jeden Fall eine Krypta. Wobei ich mich jetzt erst hier in dem inneren Kreis hier oben zu Ende umgucken will. Ich kann hier hinten rum gehen. Ja, den halben Herbhügel habe ich schon mal aufgedeckt. Ist doch wirklich nicht so groß. Ne A, Ballest, Opal und Geld und Edelsteine. Dann würde ich sagen, gucken wir hier mal in die Gruft rein. Anscheinend hat jemand das Familienwappen dieses Mauselius mit einem Hammer zerschlagen. Die Inschrift darunter ist fast nicht mehr lesbar. Entweder sind da drin Untote oder die Wachen haben sich hier verschanzt oder hier ist der Ursprung. Verzauberter Justika Lyra Eine Frau dreht sich um als du eintrittst. Ihre großen blassen Augen leuchten wie Lampen in der Dunkelheit des Grabs. Vier Stellstiegelritter umgeben sie mit ihren glasigen Augen auf sie fixiert. Endlich Verstärkung. Ich hoffe du kommst mir behoffnet. Wir müssen nämlich hier weg. Selbst in der Dunkelheit des Grabs wirkt sie verschwommen und nicht völlig greifbar. Wer bist du? Eine Komponente der Schmelstiegelritter. Ich führe die Miliz an die rund um Erbhügel stationiert ist. Diesen Bezirk zu sichern wurde zu meiner Aufgabe als dieses was es auch immer ist geschah. Was machst du hier? Ich kam um Überlebende zu suchen. Ich habe zu spät erkannt dass es keine gab. Sie führte eine Hand an ihren Kopf. Ihre Haut ist fast durchsichtig. Ich war plötzlich vor diesen Kreaturen draußen umgeben und musste ein Versteck suchen. Was schon komisch nicht war sich in einem Gebäude vor den Toten zu verstecken das für die Toten bestimmt ist. Sie tätschelt die Wand des Grabes. Wie in dem auch sei ich warte hier seit einiger Zeit auf weitere Verstärkung. Was tun diese Soldaten hier? Sie blickt sie an aber entweder bemerken sie ihren abwesenden Blick nicht merkt sie ihren abwesenden Blick nicht und wie sie auf den Füßen schwanken oder sie denkt sich nichts dabei. Sie unterstehen natürlich meinen Befehl. Sie haben meinen Ruf gehört und wir warten seitdem darauf dass noch einige Männer mehr kommen damit wir uns hier herauskämpfen können. Wie konnten sie dich in diesem Grab hören? Ihre Augen blitzen auf es ist etwas Unnatürliches daran wie sie da schwimmt und dich beobachtet. Ich hoffe du zweifelst nicht an meiner Befehlsgewalt ich warne dich ich toleriere deinen kein Ungehorsam ganz und gar nicht. Wenn du dann wieder bei Atem bist sollten wir losziehen. Ich sage das wirklich ungern aber du bist bereits tot. Ihre Augen werden kalt und hart ich erwarte eine Entklärungsverrasch Du bist ein Geist und hast Schmelztiegelritter in den Tod gelockt. Sie bleibt plötzlich regungslos und schwimmt in der Luft. Nein das ist unmöglich. Es ist doch erst ich kann nicht. Die andere Seite des Grabes ist durch ihren offenstehenden Mund zu sehen. Sie blickt auf ihre Hände als würde sie zum ersten als würde sie zum ersten Mal sehen und wendet sich hin und her. Als ihre Augen und ihr Mund sich entsetzt weiden sieht sie sich zu dir. Was hast du mit mir getan? Er Ausdruck verhärtet sich und die Schmelztiegelritter hier rühren sich. Novizen Angriff. Okay ich würde sagen alle auf die. Weil ich hoffe mal dass wenn sie weg ist die Schmelztiegelritter wieder zur Besinnung kommen. Genau auf sie. Deswegen bombardiere ich sie auch mal mit einfachen Zaubern. Wow die hauen mich gleich haben mich schon umgehauen. Äh kann ich sie nochmal bombardieren? Auch gleich nochmal. Komm. Ja sie ist weg aber die anderen sind noch immer verzaubert. Äh gut. Heil mal. Und jetzt schlag weiter zu. Äh da hauen wir einen um. Und kann er Würmse. Und das war der falsche Justi K. So. Der muss jetzt weg. Und dann muss noch der da weg. Schade und ich dachte ich könnte sie hier retten. Dafür habe ich jede Menge Schmelztiegel, Plattenrüstungen. Eine Geisteressenz. Tja. Ist nicht so gelaufen. So. Du heizt mal Äther. Und eine Falle. Kann ich die entschärfen? Ja hat geklappt. Nur ein zweihändelnden Plattenpanzer. Und noch ein paar andere Reste. Schade das war wohl vermisste Wachen. Ja. Ich sollte berichten was geschehen ist. Aber erstmal gucke ich mich im Erbhügel weiter um. und säubere ihn vollständig. Vielleicht finde ich auch noch den Ursprung dieser Plage. So. Wieder raus. so. Hallo. 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 Ja kann er. Ich glaube keiner wundert sich da wo alle anderen noch einmal hin verschwunden sind. Okay. Ein Darghoul. Ein einziger Darkbude ist keine Bedrohung für uns. So sehr schön. Und wenn es sein muss dann ziehen wir uns zurück und dieses Mausoleum wurde fest versiegelt und rasten ein einziges mal kurz. Noch ein Darghoul und ein paar Höhen.